Kalvarienberg bezeichnet ein religiöses Denkmal, das die Passion Jesu Christi darstellt und in Art eines Pilgerwegs nachvollziehbar macht. Begriffsklärung Kalvarienberg bezeichnet zunächst die Hinrichtungsstätte Jesu vor den Toren Jerusalems. Im weiteren Sinne auch umfangreiche Nachbildungen der Kreuzigung Christi, die im Zuge der Gegenreformation entstanden und von Katholiken zur Andacht genutzt werden. Der Begriff leitet sich aus der lateinischen Übersetzung des aramäischen Bergnamens Golgotha der Vulgata ab, wo er als Kalvarie locus, lateinisch für »des Schädelsort« wiedergegeben wird. Martin Luther übersetzte Golgatha mit »schädelstät«, also »Schädelstätte«. Diese Übersetzung ist umstritten, insbesondere ist nicht klar, ob sich das Toponym auf die Gestalt des Hügels, auf seinen Verwendungszweck als Hinrichtungsstätte oder Friedhof oder auf eine andere Gegebenheit bezieht. Als Kalvarienberg bezeichnet man heute ungefähr lebensgroße Nachbildungen der Kreuzigungsszene als Kruzifixe. Meist das Kreuz Jesu und der beiden Schächer, aber auch umfangreichere Skulpturen mit Nebenfiguren. Sie befinden sich auf kleinen Hügeln, natürlichen oder dafür angelegten. Oft wurden auch 14 von Kreuzweg-Stationen am Anstieg zu Wallfahrts- oder Hausbergen und abgelegeneren Bergkirchen errichtet. Wenige Dutzend oder viele hundert Meter in der Ausdehnung. Kalvarienberge sind auch das Wahrzeichen der Bretagne, wo sie während der bretonischen Renaissance besonders im Finisterre in eigens geschaffenen umfriedeten Pfarrbezirken entstanden. Große Bedeutung erlangte die Errichtung von Kalvarienbergen nördlich der Alpen im Barock während der Gegenreformation. Repräsentative Beispiele Liste von Kalvarienbergen Belgien in Mosnet, Plombieres in Malmedie, Bolivien-Zero Calvario, Deutschland Kalvarienberg, Aweiler, Aweiler, Landkreis Aweiler, Rheinland-Pfalz, Kalvarienberg, Eiterbach, Landkreis Freising, Bayern, Kalvarienberg, Kapelle in Bad Kissingen, Siehe Stationsberg in Bad Neuenahr, Aweiler, Kalvarienberg, Bad La, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen in Bad Tölz, Bad Tölzwolf-Ratzhausen, Bayern, Kalvarienberg, Berchtesberg, Landkreis Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern, Kalvarienberg, Bergheim, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen, in Biedingen, Landkreis Ostallgäu, in Birkungen, in Burladingen, in Kamm, in Donauwörth, Kalvarienberg, Dorweiler, Kreis Dürren, Nordrhein-Westfalen, in Äbnert, in der Oberpfalz, in Falkenberg, in Fichtellberg, in Fulda, Kalvarienberg, in Füssen, Füssen, Landkreis Oberallgäu, Bayern, Kalvarienberg, Greding, Landkreis Rot-Bayern, Kalvarienberg, in Füssen, Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern, in Görlitz, im Heiligen Grab Ensemble, Kalvarienberg, Württemberg, in Immenstadt, bei der Wallfahrtskirche Allerheiligen, in Göttingen-Scheppach, im Wallfahrtsort, Kinsweiler, Kalvarienberg, Kirchentumbach, Landkreis Neustadt, an der Waldnapp, Bayern, in Konnersreuth, Kalvarienberg, Lauterhofen, Landkreis Neumarkt, in der Oberpfalz, Bayern, in Lenggries, in Lübeck, in Maasberg, beim Kloster Kreuzberg, in der Rhön, Kalvarienberg, Neusaat, Landkreis Schwandorf, Bayern, in Ostritz, Sachsen, beim Ostritzer Kloster St. Marienthal, Kalvarienberg, Passberg, Landkreis Neumarkt, in der Oberpfalz, Bayern, in Peiting, in Oberbayern, in Pfeimt, in Pellig, in Rheinland-Pfalz, in Popenhausen und auch in Paling, beides in Oberbayern, in Possenhofen, Gemeinde Pöking, am Starnberger See, in der Teufelshöhle, bei Pottenstein, Kalvarienberg, Prüm, Eifelkreis, Bittburg, Prüm, Rheinland-Pfalz, Kalvarienberg, Aehendorf, in der Gemeinde Blankenheim, Kalvarienberg, Reich, Olsried, in Sichtig vor, auf dem Löhrmund, in Stühlingen, Kalvarienberg, Schwabek, Schwabek, Landkreis Augsburg, Bayern, in Sonthofen, in Strehlen am Niederrhein, bei Wettenhausen, in der Gemeinde Kammeltal, in Wenigmünchen, in Xanten am Niederrhein, in Zell im Wiesenthal-Kapelle am Möhrenberg. Der Kalvarienberg im Wallfahrtsort Kloster Lechfeld in Bayern ist kein Stationsweg, sondern ein Monument mit Freitreppe. Punkt. Frankreich. Der Kalwehr von Notre-Dame-Dé-Tron-Öhn in Sergin-Trolleymen stammt von 1450 und gilt als der älteste der Bretagne. Andere berühmte Orte in der Bretagne sind Komana, Güno, Gimiljau, La Matur, La Roche-Maurice, Lampau-Gimiljau, Pencren, Pleiben, Pludiri, Plugastel-Dau-Lasch, Klochonven, Sitzun, Zartigonek, Griechenland auf dem Bergpfeiler im Us-of-Rodos. Italien-Heilig-Grabkirche in Bozen auf dem Sacro Monte di Domodossola, Kanada-Colin-Ducal-Verdeoca-Aba-Uca, Kroatien-Kalvarienberg bei Altschmas, Österreich-Burgenland-Kalvarienberg, Kalvarienberg-Frauenkirchen, Kalvarienberg in Neusiedel am See in Pinkerfeld, Kärnten-Kalvarienberg-Saint-Jakob-Lesachtal in St. Paul im Lavantal, in St. Stephan im Geiltal, Niederösterreich bei der Karthause-Axbach in Axbach-Dorf in der Wachau, in Falkenstein im Weinviertel, in Hallenstein an der Rüps, in Kirchberg am Wechsel, in Lilienfeld größter Kalvarienberg Österreichs, in Marbach an der Donau, in Maria-Lanzendorf bei Wien, in Pellersdorf im Weinviertel, Kalvarienberg in Ingenburg in Zwettel, Oberösterreich, Kalvarienberg in Freistadt, Kalvarienberg-Gosau, Kalvarienberg in St. Martin im Innenkreis, in Schwertberg, Salzburg, Kalvarienberg-Maria-Bühl in Oberndorf bei Salzburg, Kalvarienberg-Maria-Plein, Steiermark-Kalvarienberg, Kalvarienberg, 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 Kalvarienberg in St. Margareten bei Knittelfeld, Kalvarienberg, Tirol-Kalvarienberg, Kapelle-Azel im Innsbrucker Stadtteil, Azel in Kufstein, Kalvarienberg-Tower, Wien in Hernals, Polen-Kalvarienberg auf dem St. Annaberg in Gora, im schlesischen Jerusalem-Vambia-Jitze in Kalveria, Cebo-Sidowska in Malopolska in Neustadt in Westpreußen, Rumänien in der Ortschaft Bildkreis-Temesh, Tschechien in Liretin-Potjet-Lovau, siehe Krizo-Vahura in Cevikov, siehe Artikel-Krizo-V-V-R-C-H, Slowakei in Banska-Stiavnika, Slowenien in Smaya-P-R-I-Elsa, Kalvarienberg-Spanien in Polenca, Weißrussland in Mia-Ziel in Minsk.